Die Atmosphäre finde ich gut. Das ist einfach ein schönes Festival. Ja und die Filme sind natürlich alle sehenswert, also super Festival. Letztes Jahr war ich das erste Mal beim Fisch und war so begeistert, auch gerade von dem Film, der gewonnen hat letztes Jahr. Da muss ich einfach wiederkommen. Na, ich finde es eigentlich ganz gut. Also es ist interessant so zu sehen, was so die Leute so machen. Also es wird immer interessanter von Jahr zu Jahr, finde ich, die Filme zu sehen. Und das Besondere ist irgendwie, dass man sich eigentlich gut aufgehoben fühlt und nicht wie bei so hässlichen großen Festivals irgendwie man dann so gar nicht so richtig ist, obwohl man einen Film eingereicht hat. Sehr, sehr nett. Also entspannend. Schöne Kurzfilme. Alles bunt gemischt, Animationsfilme. Und man wird irgendwie so angesprochen, selber kreativ zu werden. Das finde ich ganz schön. Ich finde es echt cool. Also vor allem der letzte Block, der Block 5, der war sauberstig. Es wird Filme von jungen Leuten gezeigt werden, die noch mal und mal mit der Kreativität zeigen und mit unseren steuerlichen Leichtigkeiten produzieren. Alle Leute haben jetzt schon alles gesagt. Ich mag auch Hafen, Tourenhalle, Festival. Alles. Das ist gut gelungen, finde ich.